ja servus ich grüße dich willkommen willkommen da sind wir wieder hier ich bin's andre hier wieder ich bin's andre auch egal also hier wieder bei world of roleplay ein youtube-kanal für gute roleplays also mein deutsch ist ja heute mal so richtig schlecht wir vergessen einfach alles hi ich bin's andre wir spielen eine runde das kurz online wieder so wir sind immer noch im herrenhaus und ja weiter geht's die befragung ist auch eine aufgabe aber wir gehen jetzt erst mal ins herrenhaus hinein und schauen mal der eingang da oben war das glaube ich jetzt nicht mehr jetzt ist er da unten lauf ich halt noch mal ums haus neben den südeingang vom garten das ist schon der rauch mit die patienten unter drogen gesetzt werden hier so hier ist die pflegerin elil hallo elil ich dachte meister heiler viral hätte sich gegenüber armand klar ausgedrückt keine fremden sollten dieses grundstück betreten schon gar nicht das herrenhaus seht ihr diesen mann wir wissen nicht was seinen zustand ausgelöst hat doch offenbar befällt all unsere patienten dieses leiden armin demal bat mich der ursache des leidens nachzugehen interessant nun er ist ein guter mann wenn er meint dass ihr helfen könnt dann dürft ihr bleiben doch falls ihr anfangs stimmen zu hören oder merkwürdige dinge zu sehen müsst ihr mir das sofort sagen es ist eine schande dass pflegerin roslen nicht hier ist um mit euch zu sprechen wir brauchen sie wirklich ist ihr wo pflegerin roslen hin ist ich fürchte nicht und das besorgt mich wisst ihr roslen ist niemand die ihre pflichten vernachlässigen würde und einige patienten sind ebenfalls verschwunden sie waren einfach nicht mehr in ihren betten als wir nach ihnen sehen wollten ich sollte nicht darüber reden die leute sind schon nervös genug ich danke dir also ich suche sucht im herrenhaus bestimmt oben jeden scheint echt allen nicht gut zu gehen ihr habt euch klar ausgedrückt niemand betritt das apothekarium so dass ich dir nicht so war so er war es ja okay vielleicht habt ihr es gehört mein gespräch mit meisterheiler wir allein hat so nichts geführt er ist stur in seiner vorgehensweise und hat keinerlei sinn für dringlichkeit nun wie ist es euch ergangen habt ihr etwas von den patienten erfahren jeder hier erwähnte pflegerin roslen offenbar wird sie vermisst alle haben respekt vor pflegerin roslen sie verfügt über eine seltene mischung aus freundlichkeit und können und nur so unter uns sie ist auch eine richtig gute kartenspielerin wo ich jetzt so darüber nachdenke ich habe sie schon eine weile nicht mehr gesehen wo könnte sie sein erzählte mir dass auch ein paar patienten verschwunden sind merkwürdig dass dieses leiden zur selben zeit auftritt zu der hier leute zu verschwinden beginnen ich glaube nicht an zufälle pflegerin roslen hatte eine theorie über verfluchte körpersäfte und sie begann an einem heilmittel zu forschen dann müssen wir ins apothekarium dort hat roslen gearbeitet hmmm viralen hat einen schlüssel und pfleger alt war auch besorgt euch den apothekariumsschlüssel von einem der beiden und seht euch dann um ich halte wache solange ihr drin seid ich danke dir so wo ist denn das apothekarium nicht weit von hier ok da ist vermisste dienstboten die arbeit hier erledigt sich nicht von allein ich habe hier irgendwas übersehen eine aufgabe ist hier noch drin sieger der stand büschle war ich alles soweit in ordnung ok ich verstehe nicht ganz was ich hier zu tun habe hier schon drin noch betten also nichts aufregendes hier ist einfach nur der durchgang sehr beschäftigt keine ahnung der treppe hier unten ja der apotheker tatsache er nannte mich auch den meister die meister nacka hier ist zwecksreinigung geschlossen ich gebe euch gescheit sobald es wieder geöffnet ist bald Ein paar Seiten vor elf Tagen. Heute schienen mehrere Patienten ungewöhnlich müde und beunruhigt. Merkwürdigerweise beschwerten sie sich alle über schlechte Träume. Vor sieben Tagen. Hier ist definitiv etwas nicht in Ordnung. Beinahe die Hälfte der Patienten leidet. Nun unter Erschöpfung und Angstzuständen und Berichten von grauenhaften Albträumen gehören nun zur Tagesordnung. Irgendein ansteckendes Fieber? Oder etwas anderes? Ich weiß, dass ich so etwas schon einmal gesehen habe, aber wo? Ein Nordsoldat, der sehr unter diesem geheimnisvollen Leiden litt, ist verschwunden. Befürchte, dass er sich etwas angetan hat. Vor fünf Tagen. Zwei weitere Patienten werden vermisst, aber ich glaube, ich weiß jetzt, was hier vor sich geht. Diese Soldaten leiden unter den ersten Symptomen von Vampirismus. Noch sind die Anzeichen mild, aber die Schlaflosigkeit, die Abgeschlagenheit und das Gefühl von Angst und Recken passen perfekt. Aber es gibt keine Vampire im Herrenhaus. Da bin ich mir nicht sicher. Alexis Viralain ist nicht überzeugt. Für ihn sind die psychischen Symptome lediglich ein Anzeichen von Schlafmangel, verursacht durch die furchtbaren Erlebnisse der Patienten im Krieg. Er empfiehlt Bettruhe. Vor vier Tagen. Ich kann nicht warten, bis Alexis klar wird, was hier vor sich geht. Ich bereite kleine Dosen eines Elixiers vor, die den Symptomen des Anfangsstadiums des Vampirismus entgegenwirken. Wir werden sehen, ob das hilft. Mittlerweile sind sieben Patienten verschwunden. Vor zwei Tagen. Genau wie ich mir dachte. Das Vampirismus-Gegenmittel brachte den Patienten, die ich damit behandelte, sofortige Linderung. Allerdings glaube ich nicht, dass ihre Erkrankung geheilt wurde. Ich muss einen stärkeren Trank mit frischen Zutaten bauen. Zutaten habe ich hier auf dem Gelände, aber mir fehlen noch Hafyn-Federn. Zum Glück nistet eine Hafyn-Kolonie in den Hügeln westlich des Herrenhauses hier bei Sonnenaufgang los. Sehr interessant. Hey, seid ihr bald fertig? Ich kann diese Ausrede nicht ewig verwenden. Also, bam. Da seid ihr. Habt ihr etwas gefunden? Sehr, sehr viele interessante Informationen, Armin. Ich fasse nicht, dass dieser Pfleger mir die alte Ausrede geglaubt hat. Das Apothekarium wäre Zwecksreinigung geschlossen. Nun, habt ihr irgendetwas gefunden? Ich habe dieses Tagebuch gefunden. Darf ich das einmal sehen? Ah, das gehört Roslenn, ja. Hm, eine Krankheit, die mit dem Vampirismus verwandt ist. Ich mag nicht viel mehr Buchgelehrsamkeit haben, als man braucht, um ein Schwert zu schwingen. Doch ich glaube, ein Vampir im Herrenhaus wäre mir aufgefallen. Was geht hier vor sich? Roslenn scheint es auch nicht zu wissen, doch sie forschte an einem Heilmittel. Das sehe ich. Und da, hier steht etwas über Harpüienfedern. Wenn Roslenn auf der Suche nach Harpüienfedern losgezogen ist, sollten wir das vielleicht auch tun. Sie meint, die Nester wären in der Nähe. Sie sollten nicht schwer zu finden sein. Hier, die Harpüienester untersuchen. Obacht vor den Harpüien. Die können bösartig sein. Ich würde mit euch gehen. Doch ich möchte die Pflege und Patienten nicht ohne Unterstützung hier allein lassen. Nicht, wenn sie gegen irgendeine Art von Vampirkrankheit ankämpfen. Ja, alles klar. So. Es ist interessant. Also der Vampirismus, der ist immer allgegenwärtig in Seria das Kreuz. Und auch hier wird es wieder interessant werden, ob es Vampire wieder sind, die da mit im Spiel sind. Das erfahren wir, ich denke mal, beim nächsten Let's Play. Und ich bedanke mich, dass du zugeschaut hast. Ich würde mich noch sehr über ein Like freuen. Und natürlich, wenn du noch kein Abonnent bist, abonniere den Kanal. Und dann würde ich mich freuen, wenn du nächstes Mal wieder einschaltest. Ich wünsche dir alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Dein André. Und Tschüss.